Überraschung! Ausnahme und Zustand startet in die nächste Runde. Wir senden für euch neun weitere Folgen jeden Mittwoch um 19 Uhr live aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Außerdem gibt es zwei neue Gesichter. Ich bin Theresa Hartmann und ich bin Vincent Barba-Buttilabo. Während die Covid-19-Pandemie die Welt ins Chaos stürzt, möchten wir genau darüber mit euch sprechen. Was ist hier eigentlich die Ausnahme und was der kapitalistische Normalzustand? Wie wird diese Pandemie linke Bewegungen und Ideen verändern? Wie wird Corona unsere politischen und sozialen Verhältnisse prägen? Genau darüber wollen wir reden. Mit Aktivistinnen und Expertinnen aus Politik, Bewegung und Kultur. Und natürlich sollt ihr auch wieder eure Fragen hier live an unsere Gäste richten. Also schaltet ein jeden Mittwoch um 19 Uhr. Den Livestream findet ihr auf Facebook oder YouTube oder unter rosalux.de slash Livestream. Die Links dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Bis nächste Woche.